Morgen kann sich die dicke Winterjacke auf einen Spaziergang freuen. Denn die braucht man, wenn man vor die Tür geht. Es wird nicht nur kalt, es wird auch nass. Schneeregen hat sich angekündigt. So freundlich wie heute wird es morgen wohl nicht werden. Der Himmel zieht wieder zu und leichter Schneeregen steht auf der Tagesordnung. Dabei gibt es Höchstwerte von 2 Grad. Nachts liegt die Niederschlagswahrscheinlichkeit bei 75 Prozent. Die Temperaturen bewegen sich um den Gefrierpunkt. Nach dem zwischenzeitlichen Temperaturabsturz steigen die Werte in den kommenden Tagen wieder rapide an. Bis zu 9 Grad kann das Thermometer am Sonntag anzeigen. Dazu gibt es Windböen von bis zu 46 Stundenkilometer. Am Samstag bleibt es voraussichtlich trocken. Sonntag und Montag ist dann aber mit leichtem Regen zu rechnen. Wetterbedingte Herzbeschwerden sind morgen aufgrund der Wetterlage nicht zu erwarten. Der Blutdruck könnte dagegen leicht in den Keller sacken. Auch den Kreislauf macht das Wetter zu schaffen. Das ist die Niederschlagswahrscheinlichkeit bei alle Brutdruck. Bis zum nächsten Mal.